Linda holt den tiefsten Süden in den hohen Norden. Das ist einfach italienische Küche, ein bisschen von jeder Region. Das gefällt den Mitstreitern doch bestimmt. Ich glaube das nicht, dass sie bei mir heute was zu kritisieren gibt. Das will ich hoffen. Zu sehr durchgegart für mich. Ich gehe davon aus, dass das ein Familiensprodukt ist. Leider, wenn ihr mal guckt, es ist schon medium well. Die Wand schon kalt. Ja, genau. Autsch! Ah, da blutet mir das Herz. Tag 4, es geht in die Salz- und Hansestadt Lüneburg. Hier der aktuelle Stand der Dinge. Der alte Porthof liegt mit 34 Zählern in Führung. Aber das möchte Lokalbetreiberin Nummer 4 heute ändern. Also ab nach Lüneburg. Linders Restaurant befindet sich in bester Altstadtlage, mitten im berühmten Wasserviertel. Bist du schon am Spicken, oder? Wo es gleich hingeht? Muss man nicken, dass ich was sehe. Ja, ja. Leute, La Taverna. Die Frau in unserer Runde. Und was für ein Temperament. Die Linda. Original Italien erwartet mich. Sizilien übrigens. Das La Taverna gibt es seit November 2012. Dank dieser Dame. Ich bin Carmelinda Janni und ich bin die Chefin von La Taverna. Ah, das ist ihr Kurzname. Das ist ja, Linda ist schon schön, aber Carmelinda ist noch viel schöner. Für die gelernte Buchhalterin war das Lokal Liebe auf den ersten Blick. Das ist ein Denkmalschutzgebäude. Das Ambiente, man sieht sofort, das ist viel Holz und Rustikale. Und als wir geheiratet haben, ich und mein Mann, wir waren genau an dem alten Kran und haben ja da Bilder gemacht von Hochzeittag und da habe ich zu meinem Mann gesagt, wenn irgendwann wir ein Laden hier in Lüneburg aufmachen, dann müssen wir genau hier am Stimmen machen. Und noch nicht mal zwei Jahre später haben wir La Taverna aufgemacht. Tja, so schnell kann es manchmal gehen. Welches Konzept steckt hinter dem Ganzen? Unser Konzept ist die traditionelle italienische Küche. Das ist ein Familienbetrieb. Also ich, mein Mann, mein Sohn Gaetano und meine Tochter Nicole, wir arbeiten hier zusammen. Das ist echt so wie zu Hause bei uns. Und da kommt auch schon der hohe Besuch. So, soll ich zu euch kommen, oder? Nächstes Mal, ne? Beim nächsten Mal seid ihr dann dran. Ja, das ist, so wird man begrüßt ja anscheinend. Hier bin ich richtig, oder? Linda suche ich, oder? Italien, das ist Linda. Ja, ja. Hallo. Hallo. Wer ist da noch? Die Mama? Yes, das ist Maria. Meine Tochter. Tochter, jawohl. Da hinten Köche, eins, zwei, Pizzaiolo. Yes, das ist Maria. Ja, das ist Italien, ne? So wie wir uns das immer im Kopf vorstellen, ist es hier tatsächlich entzückende Kinder. Toller Mann. Bin ich mal gespannt. Italien ist groß. Der Norden kocht ja ein bisschen anders wie der Süden. Und Westen-Osten ist anders. Gibt es hier eine Mischung aus allem ein bisschen, oder wie muss ich mir das vorstellen? Jede Region hat seine Spezialität zu sagen. Aber wir machen ein bisschen von ganz Italien, nicht nur Sizilien. Und moderner. Ja. Und moderner? Ja. Das heißt dann was? Wie kann ich mir sowas vorstellen? Vegane Gerichte, glutenfreie Gerichte. Habt ihr eine richtige Karte, oder wie muss ich das verstehen? Ja, auf jeden Fall. Eine ganze Seite. Wir haben die italienische Küche mit der veganen Küche kombiniert. Cool. Ich glaube, das ist ein Riesenthema, da muss man heute richtig aufspringen. Lüneburg ist eine Stadt, wo auch die Universität ist und viele junge Leute. Und die vegane ist ein Konzept, das immer mehr gefragt wird. Ich schnapp sie mal, ne? Tu das. Komm mal schnell mit. Du musst mir... Ich bring sie wieder. Mama. Wieder bring es doch klar. Wie viele Plätze habt ihr denn insgesamt? Für wie viel müsst ihr kochen, wenn die Bude mal richtig voll wäre? Draußen haben wir ungefähr 80 Plätze. Und wie viele passen hier rein? 110 ungefähr. Das ist aber ordentlich, ne? Insgesamt, ja. Gut. Mit welchem Koch koche ich denn jetzt hier? Mit Manolo. Guck mal, der ist ja schön. Du bist Manolo. Alles klar. Also, dann bereite mal Bestechungsmaterial vor, etc. Plus das Gericht. Ich zieh mich jetzt um, dann komm ich da hin. Klingt nach einem guten Plan. Koch Manolo ist gebürtiger Albaner und Mann erster Stunde in Lindas Crew. Das ist mein Ferrari. Der Ferrari hat ziemlich viele Flammen. Zehn Flammen sind tausend Bäs. Taus Bäs. Welches Gericht sehe ich jetzt? Du siehst heute ein Rinderfilet, Aceto Balsamico, die im Ordinal haben. Ein einfaches, aber ein gutes Rezept. Jetzt haben wir Filet hier am Start, oder? Argentinische Rinderfilet. Argentinisch. Okay. Wieso nehmt ihr alle in Italien argentinisch oder irgendwie? Es gibt das geilste Rind in Italien. Das größte Rind. Giannini, oder? Giannina. Giannina. Das ist ein Rind, was weltweit berühmt ist. Das größte Rind der Welt. Kommt aus der Toskana und gehört zu den ältesten Fleischrindern überhaupt. Am Anfang, wir hatten hier riesige Küchstücke mit Fleisch gegen das Fleisch und alles. Aber es war für die Publikum in Lüneburg ein bisschen teuer. Das kann man schon mal mit 80 Euro pro Kilo mal betiteln. Ja, okay. Ich lenke ein. Antiamo. Nicht so schnell. Manolo hätte da noch ne klitzekleine Frage. Before I that steak brate, ich wollte nur fragen, welchen Punkt du haben wolltest. Ich gebe dir jetzt mal 10 Punkte für die Frage. 10 will ich nicht, aber 9 will ich haben. Für die Frage, nicht fürs Gerät. 9 will ich haben, ja. Also ich würde gerne so ein schönes Stück hier, also ich muss, also medium muss es sein. Gut. Also innen nicht mehr ganz Ferrari rot. Dazu brauchen wir ein bisschen frischer Knoblauch für die Brokkoli. Also wir haben den Brokkoli drin. Das habe ich selten gesehen, dass der schon vorher reinkommt. Du hast das Filet angebraten. Da machst du den Knoblauch rein. Ich nehme das Knoblauch raus. Und damit der Geschmack vom Knoblauch da bleibt. Das ist ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Salz. Ganz frische Gemüsebrühen, damit die auf Grund bleiben und ein bisschen Geschmack. Musst du das Steak nicht langsam mal wenden, Manolo? Wenn das Fleisch ein bisschen mehr als die Hälfte ist. Dann wendest du es erst. Dann für medium. Das Filet wendet man am liebsten nur einmal. Das mache ich eben so lange wie immer auch. Wenn meine erste Schicht leicht braun ist, wende ich mich. Hallo. Von einem an kommt die Versandschaft rein. Das ist ja Wahnsinn, ne? Ja, jetzt wird es uselig, ne? Würde ich sagen. Was gibt es noch für Sättigungsbeilage dazu? Ah, ganz lecker Drillingkartoffeln. Wann machst du denn? Im Backofen. So eine halbe Stunde nach Brokkoli oder was? Nein, die habe ich kurz vor ihr. Ach, du hast schon geschummelt. Die sind schon im Ofen? Naja, dauert ein bisschen länger. Sonst muss ich den ganzen Tag tragen. Boja, boja, boja qua. Geh mal her. Ich komme ja eh nicht an gegen euch. Das ist, ich habe schon, ich habe schon. Was sind die Drillingkartoffeln? Wie sind die gemacht? Mit Schale, Rosmarin, bisschen Knoblauch, Olivenöl, Meeressalz, damit der Geschmack da entfaltet. Geschmack, das ist Maiks Stichwort. Scheinen zum Mund in die Rosmarinkartöffelchen. Die Soße ist wahrscheinlich da in dem Ansatz, oder? Kleinen Moment. Die machen wir kurz unter die Salamander. Mach das mal unter die kurze Salamander. Ich kann fragen, was ich will. Ich kriege keine Antwort. Neuer Versuch. Brauchen wir Wacholderbeeren. Die Wacholderbeere angeknackt, weil sie dann ein Aroma abgeben kann. Und wenn du die im ganzen Reihen haust, wird das nichts. Jetzt brauchen wir ein bisschen Zimtstange, die auch brechen wir, damit auch der Geschmack entfaltet. Erstmal unser Wacholder, Zimt, Zimtstangen, zwei Nelken. Was hast du da? Das ist Balsamico-Essige vom Moderna. Ja, vom Moderna. Beim Balsamico wird ja auch viel Schmur betrieben. Es gibt eigentlich nur einen wahren Accetto Balsamico, und zwar traditionale. Und da gibt es einen Zwölfjährigen und einen 25-Jährigen. So, Preis. Da wird es spannend. Der Zwölfjährige, 100 Milliliter, 50 Euro. Und der 25-Jährige, 100 Milliliter, 100 Euro. Das, was wir da sehen, sind diese ganz Flüssigen, sind halt sehr oft mit Trauben angedeckt, Zucker zugeführt, Farbstoff auch sehr oft. Ich will denen jetzt nichts vorwerfen, aber damit man einfach mal ganz kurz weiß, was und welcher Balsamico ist denn der wirkliche, echte. Aber vielleicht ist Manolos Soße aus fast echtem Balsamico ja genauso lecker. Eigentlich bist du gleich kurz vorm Anrichten, oder? Ja, bei uns geht es richtig auf Bund, weil das Fleisch dauert sieben bis halben Minuten. Aber den Punkt könnte ich doch jetzt drauf, den Punkt könnte ich doch jetzt mit euch irgendwie auf ein Glas Rotwein abwarten, oder? Ja, klar. Okay, ich habe alles gesehen. Ja. Ab auf die Terrasse mit Blick auf die schöne Ilmenau. Auch dieser Anblick hat was. Mal horchen, was Manolos Balsamico filet kann. Und wer, wenn du dich beschwerst? Das Wichtigste zuerst hat Manolo den Gargrat getroffen. Maik hat Medium bestellt. Das Fleisch ist butterzart. Man sieht es von der Farbe vielleicht nicht, aber ich kann garantieren, dass es auf dem Punkt ist. Die Soße ist jetzt noch ein bisschen dünner. Oha, und woran hat es gelegen? Gleich ist ein bisschen Wasser vom Brokkoli. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Wir wissen natürlich, dass wir gerade bei Balsamico sehr, sehr, sehr alte Balsamico-Sorten haben, die wirklich im Fass gereift sind. Und ich war schon in Italien. Wenn man das dann mal ganz original, original macht, ist dann schon dann dieser alt gereifte Balsamico da dran. Habt ihr noch einen alten Balsamico da? Ja. Mehr kann ich nicht sagen. Ja, schauen wir mal, ob sie den Tipp annehmen. Wir sind bereit. Wir werden das schaffen. Auf jeden Fall. Wir werden das Beste rausfahren. So, Maik, Abmoderation, Fazit etc. kennst du ja. Abmoderation, Fazit, ich kenne das. Aber das La Taverna hat natürlich ein Fazit verdient. Also ich liebe es. La Familia Italiena, die Queer nun mal nennt. Super, ne? Das Essen hat super geschmeckt. Handwerklich muss ich aber sagen. Kartöffeln halbieren irgendwie gar. Brokkoli, bisschen kochen. Fleisch, Top-Qualität. Aber wenn ich sowas essen will, dann will ich den alten Balsamico-Essig. Nicht den eingekochten, einreduzierten, künstlich angedeckten, sondern den echten Balsamico. So, das sage ich jetzt einfach mal. Und die Handwerkskunst Italiens liegt doch bitte in einer gefüllten Pasta, oder? Das muss heute hier noch auf den Tisch kommen. Eine gute Pizza darf nicht fehlen. Und dann sind wir hier im Spiel. Und mein Gefühl sagt mir, sie werden im Spiel bleiben. So. 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 So.